sind da und ihr alter wer ist da wer ist da der domse ok ich hab ihnen ein hit mitgegeben einen hit haben sie kassiert warte 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 ja 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 hey leute und herzlich willkommen zur battle staffel genau wir gehen direkt auf den server drauf und genau ich wollte mir noch den gold apfel kraft für den lieben farbo ich könnte noch zwei weitere gold äpfel machen also hier ist noch einer ja ich mach einfach hier so ein bisschen weiter vielleicht finde ich ja noch ein also ich habe insgesamt noch 26 gold sprich wenn wir ein gold mehr hätten könnte ich sogar noch drei kraften so viel matte alter nie warte mal kann ich mir mal bitte dein ganzes leder ok ja hier ich kann sogar drei kraft also drei gold äpfel sind noch sicher die ich kraften kann weil man braucht ja pro gold apfel immer acht gold also gold barren ja und dann geht das voll klar wir haben elf bücherregale lava aber kein neun weil uns das holz fehlen ich habe richtig viel holz holz ich gebe dir holz warte ich bin mir holz joko heil sei hier aber der border hier ne wo der tür für aufpassen alter er wird immer kleiner ne ja eben also wenn man den charter mit sonst kannst du den gleichen abbauen hey wo hast du den ich hab den nicht laber keinen ich hab den bohr ich idiot alter ich schon voll stress am schieben jungen hat noch leder ne leider nicht gut dann nehme ich jetzt den crepe einmal hier mit und schmeiß die fünf einmal hier noch rein ja ok oh gott junge alter ich hörs dir ich hab so schiss ich kappe gleich in die host die host wir müssen hier das eisenau erwarten das können wir schnell machen ja ich hab mir ein bisschen was zum phrasen mitgenommen ne weil ich hab nicht mehr viel wir haben jetzt elf bücherregale okay dann was machen wir damit ja ähm ja ja eben na gut so das ne ähm bett hierhin papier hierhin ähm ich glaube wir haben genug bücherregale ne ja ich würde auch sagen also das sind genug auf jeden fall alle dann hier feuer das weg das weg das weg dann ist einfach mal jede scheiße außer das was man möchte nein warte farbe komm her ich wollte dich gerade retten wo monstern teilteilt hat gerade eisen brauchen wir ein ich stimme für ding ich bauen mal eisen blöcke draus für den ambus ah ja ein ambus das können wir auch noch machen weil ich brauche einen ambus ich habe jetzt einen ambus okay alter ich bekomme einfach mal gar keine äpfel was denn da los gottet so spannend ist auch so auch noch eisenlöcke exciting her ich habe 16 eisen warte mal ich werfe dir das einfach mal zu und pass auf die grenze die ist fast an deiner arsch ey aber das ist eine spinne jetzt dürfen wir echt schnell gas geben ja wir haben aber gute sachen also richtig gute sachen nicht so irgendwie so um ja die hälfte und so richtig geile sachen ja mann wo ist denn hier noch ein apfel das geht doch gar nicht oh junge mann ich bin so fucking angespannt ich auch besonders es kann jetzt schon vorbei sein wenn wir jetzt einen kleinen fehler machen oder im wasser da ist einer und zwar ich ja ich schaue mich auch die ganze zeit um nicht dass auf einmal jemand kommt naja der border kommt näher muss noch auf das eisen warten alter ist da so ist da jetzt ja ich behälte aber halt mal lieber okay was ist denn da los bei dem baum ich bekomme einfach keine äpfel als ob keine äpfel im bäumen sind das glaubt realistisch einer sollte immer da sein finde ich neue regelung ich programme ich mag es neu ich glaube es passt genau rechtzeitig ja im border da ja ach so ok na komm wo ist denn das kann nicht mehr wahr sein das hier kann hier drin bleiben alle das so dass er weg da kommt ich kann er mehr dran so gut weg gut ja dann obwohl die leckte mit dem texter pack du auch ich benutze es gar nicht also nur mal ganz kurz zur info der bernie ne nein spaß da hat nämlich ein ressourcen weg fertig gemacht und das funktioniert jetzt auch mit der 1.7 also 1.8 also der snapshot version der wir spielen aber ich bin ja das ist ein bisschen komisch ohne optifine das ist mir auch aufgefallen deshalb spiele ich eigentlich lieber ohne ich auch wieder ohne spielen ich weiß nicht also ich bin einfach ohne sieht zwar ein bisschen schlechter aus aber ich meine wenn man minecraft kennt ist man ja diese grafik gewohnt ja egal ich spiele aber jetzt so kommen wir mit wir gehen jetzt richtung mitte alter das wird jetzt schlimm oh coach ripper läuft bei denen wollen wollen den charm im table bauen stimmt aber die haben keine dias ja eben deswegen außer ja nee die können keine haben ja das waren so polen weiß und dann haben die einfach so geklaut also jetzt lädt wieder nicht aber es leckt manchmal voll egal wir müssen auf jeden fall jetzt geht michi noch mal finden oh ja das wäre richtig geil warte mal was für einen bogen hast du jetzt eigentlich stärke 1 ja genau ich habe alle schweine stärke und schärfe okay ja das ist gut das ist echt gut hätte ich will ich würde nicht so aggressiv auf die mitte zugehen ich bin ja wir sollen ein bisschen slowly drifting hingehen da jetzt irgendwie nicht rausfallen ja das ist einfach nur gehen ok also also nicht gehen sondern sprinten aber ohne sprint jump weil das zieht generell total viel hunger das muss ja nicht sein und das kann aber auch sein dass die einfach nur wieder essen brauchen und wir sind hier glaube ich an der stelle wo wir auch am anfang ja wir waren hier rechts drüber ja genau hier hat alles und hier wird vielleicht auch alles enden und ich hätte ich gelacht wenn du da reingefallen also das wäre so im satz weißt du hier wird das ende ich bin tot oh man besonders ich habe noch so gute sachen jetzt also generell wir ne ich habe auch noch eine enderperle die kann ich im notfall benutzen ach stimmt die dürfte ich auch in die leise ziehen ne ja da muss irgendwas weg alter ja hier ist wieder das villagerdorf ja rennen wir mal mit der 5 rum war das unseres ja das war unseres ja ja das heißt da hinten über den hä war es nicht echt nicht doch wir sind von der hessler war hier nicht eine mine oder die waren wir doch ich weiß nicht wie das ja keine ahnung wie das war wir sind irgendwie vom hügel gelaufen dann ja ja da hinten war der sport ja dann es kann gut sein ich bin mal gespannt jetzt wie domso und so ausgerüstet ist ja die haben auf jeden fall dias das wissen wir ja ja dias haben die und die haben auch übrigens noch drei leben ja die haben alle leben die haben halt einfach noch kein kampf gemacht wo alle haben pfeifer aus der bau auf na oh was ist da los ich bin jetzt hier mit den skins generell voll geil gemacht ja ich liebe das besonders wenn wir tap drücken ey so geil dann meine ich ja ach so ja ja ich würde sagen in die richtung geht es zum spawnen lass aber gechillt dahin nicht dass jetzt von hinten jemand kommt und uns da den berg runter schrumpft ich hab ja jetzt die verzauberung drauf also fieser vor allem heißt es glaube ich ja wenn du weniger fall damage bekommst ja genau ist auch gut wenn ich weggekommt werden sollte ja ähm wo ist der spawn ich hab keine ahnung also er sollte jetzt gleich kommen ich drück mal 5 oh ja da ist er da ist der spawn warte wo ich seh den nicht ich hab die chance auf 8 gestellt ähm ich hab sie auf 6 ja ich lass sie da auch da ja lass sie ruhig ist egal alter ok wir dürfen nicht mehr trennen wir gegen wenn er gegen mann ja aber lass uns lieber nicht so aktiv zum spawnen rennen sondern so ja ich komme hier außen eher ja genau nicht denn die ich werde sie zeigen nein nein ich glaube das ist mit steaks rum wir sind mitte oh nee nicht schon wieder wenn die nein warte mal sneak mal vielleicht sehen wir die auch ja aber dom sie kommt ja auch alle ich will jetzt nicht dass sie uns abstauben ja ich verstecke mich hier im hohen gras mit so einem pokémon siehst du mich noch seht ihr nicht du warte mal ich sneak gerade und ich seh also in der mitte sind die garantiert nicht also in der mitte mitte sozusagen einfach am spawn es sind grad tausende von tintenfische rechts von uns gespawnt da doch da sind sie jo und die sehen uns oder ne ne die gucken nur so scheiße zu uns oh fuck alter ich weiß nicht sollen wir es riskieren oh warte mal warte mal einen kleinen moment okay warte mal einen kleinen moment nein warte 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 die kommen kommen sie ich glaube die kommen ja sollen wir die goldapfel essen ja weg 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 erstmal weg erstmal weg okay nicht zeigen nicht schwer zeigen okay goldapfel und drauf okay so jetzt oder nie jetzt oder nie nein warte die ja schwer weg ja das ist egal oder alter goldapfel gegessen scheiße wir müssen jetzt drauf hast recht okay komm bravo das kann hier vielleicht unser ende sein deshalb es war ein schönes battle und wir haben auf jeden fall alles gut gemacht wo sind die hin wir schauen mal ganz kurz wir schauen mal ganz kurz aber es ist gerade echt spannend es ist echt spannend ich meine wenn nur einer stirbt ja dann geht das ja noch dann sind wir noch live alter wo sind die hin mal ganz im ernst wir wollten die genau das ich guck auf der f50 grad aber ich sehe nichts auch kein keine sache hinter uns ist auch niemand das noch mal hier äpfel fahren ja okay ja alter vater was ist denn da los ne ich du hast noch genug gold ne du hast noch genug gold ja ich habe noch 26 gold mein handy vibriert die ganze lade ich bekomme immer so voll schiss alter oh man hey wo sind denn die oh wow achso okay oh ich do not schieben panik hey aber das kann doch nicht sein die haben das extra gemacht glaube ich ja ist klar die haben keinen bock mehr die rage könnten jetzt einfach ah fuck das hat keinen sinn mehr kommen lassen wir es lieber ganz sollen wir mal mitte mitte gehen ne viel zu riskant okay weil da werden wir wahrscheinlich erblickt ich guck nochmal ganz kurz ich schaue mich generell die ganze zeit um nicht dass jemand von hinten kommt das wäre ja mal richtig mies das kann auch sein dass sie irgendwo im bus schocken und nur darauf warten dass wir uns ein bisschen trennen wir bleiben hier ganz immer beieinander ja genau oh man was ist denn los hier ja ist halt weg schnell sneaken wir kommen wieder mit es liegt mal sneak mal die ganze zeit war es eine minute ach so in einer minute sind die ja ja die sind wieder da in einer minute also es gibt einfach mal keine goldäpfel warum warum kann das denn wahr sein hier jetzt kommen wir ein bisschen weiter weg wieder okay da hinten sind die ja wo denn ich komme ich komme ich komme ich komme hier sind da und ihr alter wer ist da wer ist da der äh domse okay ich habe ihnen einen hit mit gegeben einen hit haben sie kassiert warte 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 hier alle wollen nur lava ja ja oh sorry pet lauf lauf kein ding kein ding kein ding so der hat zwei hits kassiert ja lauf 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 pass auf er platziert sowieso lava ja ja er hat er platziert wasser okay okay oh ja oh ja da ist benni auch noch weg 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 ich habe ihn lauf um dein leben lauf um dein fucking leben weg pet okay einer ist down das ist gut wuuu ich habe es in dir erschwert oh ich habe ihnen einen hit mit gegeben mit bogen die hatten relativ viele pfeile nur noch einen pfeil ich habe 17 stück ich würde ja gerne welche droppen komm her fahr mal hinter uns hinter uns hinter uns so jetzt warte ich booste dich okay der hat einen goldapfel gegessen okay den bekomme ich noch okay nein lol er ist auf dem baum warte wo ist er auf dem baum ja er ist immer noch drauf er ist runter gesprungen hat falsch an kannst du warte ich booste dich okay einen hit hat er das ist ein skelett ja ist egal i don't care alter ja ich meine ich schieße eh auf ihn nein ich könnte mich da hin porten mit einer einer perle aber ich lass es lieber das bringt nichts warte die sind wieder zusammen ne aufpassen links oben ja ja weg 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 hast du noch was ganz gut zu essen äh ich hab ja warte hier hier genau das ist gut das ist das beste okay komm weiter drauf weiter 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 ich hab jetzt keinen bock irgendwie so pussie taktik zu machen oder so aber warte ich bin voll hängen geblieben warte mal ich geb dir auch ein bisschen paar pfeile ab oder ja ja warte hier komm her so weiter komm 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 ey die haben das wir haben richtig geile Schwert alter die hatten keine Chance ja ja instant waren sie weg Domse war auch instant tot ja wo sind sie hin ja ich seh die noch ich seh die noch okay jetzt gibt's kein zurück mehr wir gehen drauf wir gehen drauf einfach weiter einfach drauf genau wir wollen die Topkiller hier jetzt sein alle oh ja ja wir sind ja schon gut dabei ne ne ich mein Domse der ist ziemlich schnell drauf gegangen aber was will er auch machen wir haben zauberte Schwert ne hat er TNT geplantet ne war ein Kuiper ach Alter nicht zu vorherig be chill dein Leben okay ich warte mal ein bisschen auf dich jetzt 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 wo sind die hin geradeaus ne geradeaus sind links hinter dem Berg ja ja ach so da ok Moment ich muss eben was essen guck die Spinnen verfolgen die auch noch ah ok das ist gut gut ich booste dich ein kleines bisschen warte mal ne 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 komm wir bleiben gleich nicht boosten ok ich kann mich jetzt hinter jeder Ecke sehen ja stimmt stimmt jetzt sind die dahinten 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 ah ok die wollten sich wieder verstecken ne aber das klappt hier nicht ne ok es brennt es brennt dort brennt etwas hu pass auf so geht sterben alter oh Junge vielleicht brauchen die einfach nur essen weißt du ja der ah äh wie lange haben wir noch Zeit äh 16 Minuten nein 17 Minuten ist gerade auf äh ist gerade der Timer also es steht auf dem Timer ja die laufen weg bis wir ja ich hab ihn getroffen alter warte mal across the map wenn ich treffe dann lache ich oh ne schade ah alter 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 wenn ich jetzt meine die sind in der Höhle gegangen die sind in der Höhle gegangen pass auf die werden 100 pro lava platzieren unter uns in der Höhle sind die ok ich schau mal nur ne ne nicht wir tun so als würden wir die nicht mehr sehen ok haben wir nen Enderman killen für Enderpeer mh ich weiß nicht was sollen wir jetzt machen wo sind die reingegangen welche sind unter uns in der Höhle wir finden die schon noch fett wir müssen halt jetzt nur so tun als würden wir die gar nicht sehen ja komm dann töten wir mal den Enderman ja ja jetzt ist jetzt eh gleich folgenende genau dann holen wir uns die oh fuck alter fett ja ich bin grad alter bin ich noch mops nein alter das war ja jetzt nicht mehr normal fett weg wenn die jetzt kommen haben wir verloren stimmt gerade übel scheiße gut was ist das denn geh weg fett ach du kacke hinter uns jetzt schnell einmal weg einmal weg komm ja ach man ich hätte sie zu gern gekillt die haben keine guten Garten wir killen die nächste Folge wir sind immer nur unten in der Höhle ok ja es ist folgenende oder er fragt noch ok hast du feuerstein sag bitte ja nein warum denn vier Pfeile ich hab ok Ende leider nicht ok ja Leute ne das war eine schöne Runde äh schöne Runde Folge schöne Folge und spannender wird es auf jeden Fall noch in der nächsten Folge deshalb bleibt auf jeden Fall dran und dann würde ich sagen lasst ein Like da wenn euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao